Sehr geehrte Damen und Herren, liebe iranische Freunde, ich grüße Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Free Iran Congress und besonders grüße ich natürlich die Mitglieder der deutsch-iranischen Verbände in meinem Wahlkreis Hamburg. Vor wenigen Wochen hat die Islamische Republik Iran einen neuen Präsidenten ernannt. Ernannt wurde mit Ibrahim Raisi eine Person, die in der EU und in den USA wegen seiner Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf der Sanktionsliste steht. Für einen freien, demokratischen Iran, der auch anerkannter Teil der internationalen Staatengemeinschaft ist und wird, braucht es einen Regime Change, also ein Ende der Theokratie im Iran. Ich teile die Forderung von Amnesty International, dass die Wahrheit über Massaker an politischen Gefangenen im Iran 1988 und die Rolle, die Ibrahim Raisi dabei gespielt hat, ans Tageslicht gebracht werden muss. Gegen ihn muss strafrechtlich ermittelt werden. Aber auch der Export der Revolutionsidee in die Welt ist ein zentrales Bestreben der iranischen Mullahs. Die spüren wir auch hierzulande in Deutschland. In meiner Heimatstadt Hamburg finanziert und koordiniert das Mullah-Regime verschiedene Einrichtungen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung bedrohen und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland gefährden. Ganz sinnbildlich dafür ist das Islamische Zentrum Hamburg, das IZH. Die Blaue Moschee an der Alster wird für die Verbreitung der radikalen Ideologie und die Anwerbung von Islamisten missbraucht. Und deshalb fordere ich und die CDU Hamburg, das ist schon lange unsere Beschlusslage, ein Ende der staatlichen Zusammenarbeit mit dem IZH und die Prüfung eines Verbotsverfahren. Dass die Mehrheit des iranischen Volkes mit ihrer Wahlenthaltung diesem Regime die Unrechtmäßigkeit der Wahl bescheinigt hat, ist richtig und dieses Zeichen verdient auch ausdrücklich Anerkennung. Der Ruf der iranischen Bevölkerung nach Freiheit und Demokratie ist doch unüberhörbar. Die mutigen und furchtlosen Frauen und Männer, die auf den Straßen ihr Leben riskieren, verdienen unsere Aufmerksamkeit und sie verdienen vor allen Dingen aber auch die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Die demokratische Opposition des Nationalen Widerstandsrats und der Programm für einen freien Iran sind die richtige Alternative zur religiösen Diktatur im Iran. Ich stehe an der Seite der iranischen Bevölkerung, auf dem Weg zu Freiheit und Demokratie. Seien Sie gewiss, dass wir hören, was passiert und dass wir an Ihrer Seite stehen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg bei Ihrem Kongress und freue mich auf eine gute Zukunft des Iran in Freiheit und Demokratie. Herzlichen Gruß aus Hamburg. Alles Gute. Herr Präsident Mariam Rajavi, illustri rappresentanti, cortesi ospiti, ma soprattutto sorelle e fratelli iraniani. La farsa di elezioni presidenziali del regime iraniano da una parte e dall'altra, il boicottaggio delle urne da parte della popolazione e soprattutto le attività sempre crescenti delle unità di resistenza in molte città iraniane rappresentano una situazione inedita in Iran, cioè la teocrazia iraniana e al capolinia. La drammatica situazione economica del paese dovuta alla politica aggressiva del regime, dalla corruzione e incapacità endemica dei suoi uomini, non lasciano altra via che una rivolta per cambiare il regime. L'insediamento di Raisi mostra la vera e unica faccia del regime, una faccia feroce che non ammette dissidenza. Ora che il popolo ha mostrato uno scollamento pressoché totale da un regime che la opprime, l'Occidente, l'Europa e l'Italia cosa aspetta? Di dichiararsi al fianco del popolo iraniano e alla sua resistenza organizzata. Il Consiglio nazionale della resistenza iraniana, presieduta dalla signora Mariam Rajavi, ha espresso chiaramente la sua idea e il suo programma nella stupenda piattaforma in dieci punti per il futuro dell'Iran. L'Occidente deve capire, dopo questi drammatici anni della vita della teocrazia al potere in Iran, che il regime non è la soluzione del problema, il regime è la causa, è gran parte del problema. È importante che gli iraniani ci vedano al loro fianco nella lotta per la libertà e la democrazia del loro paese. Sorelle e fratelli iraniani, dal 2018 seguo con molta passione la vostra lotta. Ho visitato più volte il centro Ashraf 3 e ho apprezzato la resilienza, la capacità organizzativa e la grande efficienza delle donne che lo dirigono e degli uomini che vi operano. Io chiedo con fermezza e convinzione che l'Europa e l'Italia scelgano il campo dove stare, il campo della dignità umana, dell'onestà, del coraggio nella politica, dalla parte dei diritti e delle libertà. Noi abbiamo il dovere di stare dalla parte giusta della storia. La lotta della resistenza iraniana, la leadership di Mariam Rajavi ci indica questa strada. Io così come ho fatto in questi anni insieme ai miei colleghi saremo sempre al fianco del popolo iraniano e della sua resistenza organizzata. Fino al giorno in cui festeggeremo la vittoria dell'Iran libero nelle strade del paese. Noi saremo sempre con voi. Saluto la Presidente Rajavi e gli illustri ospiti. Vi saluto con affetto. Saluto tutti voi che siete riuniti al vertice globale per un Iran libero. Venite da tutte le parti del mondo, da tutti i paesi e io sono molto felice di sostenere oggi questa importante conferenza, soprattutto dopo il grave episodio delle elezioni farza e per il boicottaggio nazionale avvenuto in Iran, dove bisogna denunciare le cosiddette elezioni che non sono state né libere né eque. Seguo con grande interesse da tempo la condizione e la situazione del popolo iraniano, nonché il lavoro della resistenza iraniana, del Consiglio nazionale. Voglio ancora qui assicurare il mio pieno sostegno alla vostra giusta causa per la libertà e la democrazia in Iran. In Italia siamo stati molto critici, con tanti colleghi parlamentari, sul comportamento dell'Unione Europea nei confronti dell'Iran. Abbiamo continuato e continueremo ad insistere sul fatto che le relazioni con l'Iran devono essere condizionate al miglioramento dei diritti umani. In questo momento questo fatto è imperiativo, prioritario. Non dobbiamo permettere di offuscare le nostre condizioni profonde e le nazioni dell'Unione Europea non devono accettare di avere un personaggio come il Presidente attuale, come riferimento dell'Iran per l'Europa e per il mondo. Continueremo a fare tutto ciò che è il nostro potere, in modo che il coraggioso popolo iraniano sappia che non è solo, che noi siamo con loro, che noi siamo con voi, che vi continueremo ad ascoltare. Siamo di fronte a un regime autoritario e misogeno, che peggiora di giorno in giorno le sue azioni contro i diritti umani. Questo regime ha risposto a ogni protesta, opposizione e dissenso, con torture, incarcerazioni, severe repressioni, anche sulle donne, anche sui bambini. Ma sappiamo dalla nostra esperienza che i dittatori non rimangono per sempre e che quando le persone alzano la testa e decidono di assicurarsi il proprio futuro, il potere di una nazione in ascesa per la libertà è molto più forte. Viva la libertà! Viva la libertà del popolo iraniano! In questa occasione voglio esprimere il mio sostegno al piano in dieci punti della signora Mariana Rajaghi per il futuro dell'Iran e invio i miei sinceri e affettuosi auguri e saluti al Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana e al coraggioso popolo iraniano che lavora instancabilmente da quattro decenni contro la tirannia. Voglio deditare il mio ultimo saluto alle donne iraniane, alle donne di Ashraf 3, in Albania, che ho conosciuto e che ricordo con tanto affetto. Siate certi del mio sostegno finché non avremo stabilito la libertà e la democrazia in Iran. Grazie, grazie cara Presidente Marian Rajaghi, grazie a tutti. Un saluto affettuoso dal mio cuore. Grazie a tutti. Aber vielleicht ist es so, dass wir mit dem Frieden sind für Freiheit in Iran. Ich weiß, dass ich mit Konferenzen bin, zusammen mit meinen Vänner und ich weiß, was das bedeutet, dass Menschen in Iran, die Menschen, die so viele Menschen sind, 100.000 Menschen, die stehen vor mir, und die Freiheit sind. Das ist ein paar Tage vorhin, Iran, ist ein fürfällig farsch. Den der Skurkstat, den Skurkregim, som du har tagit fram i den Presidenkandalen, som du vann fördriggat var. Det är förfärligt. Och jag uppmanar Sveriges Regering att nu faktiskt räcker på allvar för stående frekvenser och faktiskt jobbar för fritt inom riktigt allvar. Och jag hoppas att det här var det. Det var en Presidenkandal som mördrat tusentals. Och han som dessutom vann det här valet. Att Sveriges Regering nu förstår att de måste jobba med svenskt, med folket, boende i ram. Och oppositioner som lever och verkar och är aktiva i ram. Stort tack för att vi fick vara här från Stockholm. Och stort tack för det arbetet ni gör. Återseende! Företens Kirill Die Menschen mit Mariam Rajavi sind Sie, Sie sind Sie, Sie sind Sie, Sie sind Sie. Sie sind Sie, Sie sind Sie, Sie sind Sie. Sie sind Sie, Sie sind Sie, Sie sind Sie. Sie sind Sie, Sie sind Sie, Sie sind Sie, Sie sind Sie. Sie sind Sie, Sie sind Sie, Sie sind Sie, Sie sind Sie, Sie ist Sie. Die Demokratie ist mit Mariam Dejadig. Musik 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 Es ist ein Tag, in diesem Tag. Wir sind Mariam Rajabin. Wir werden uns alle wiederholen. Demokrasie, Freiheit und Mariam Rajabin. Sie sind hier. 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 Die Demokratie und Mariam Rajabin sind hier. Sie 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 sind hier. Hello. My name is Geir Toskydahl. Ich bin ein Mitglied des Parlaments in Norwegen, von der Christian People's Democracy Party. Und Mitglied des Foreign Affairs Committee, unterstützt die NCRI's international online conference für ein free Iran. Und ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihre Struggle gegen den Mullahs Regime-Diktatorschaft für diese folgenden Reise. Die terrible human rights situation in Iran. Die critical und explosive state der Gesellschaft, wegen der brutalen Repression, Pohrty, Unemployment, Widespread Corruption, und von allen Offizien, Bibery, Abbezlement, Executionen, und Systematisch benutzen der Torturie. Die destruktive regionalen Aktivitäten des Regime-Diktators, Its Support und Spreie der Terrorismus in der Welt, und Its aggressiven Ballistischen Missiles und Secret Nuclear Programme. Ich bin sicher, dass die Prospekt von all diesen beendet wird in dieser Konferenz. Auf der anderen Seite, die gröngen Publik-Strikes, Demonstrationen und Protests von economic collapse, und die sozio-politische Krise, die Menschen die die Reise zu erstellen, eine freie und demokratische Republik. Without execution, without any gender discrimination, religious or ethnic discrimination, a nuclear-free Iran that promotes human rights, progress, and peaceful coexistence with its neighbors. I stand on their side. The world should realize that the clerical regime is weakened very much, and we would stand on the side of Iranian people and their resistance movement. I also believe that the 10-point plan outlined by the president elected of the National Council of Resistance over Iran, Mrs. Mariam Rajavi, and her call for the establishment of a democratic republic in Iran based on free and fair elections, separation of religion and state, equality for women, non-discrimination of religious and ethnic minorities, and a non-nuclear Iran. Policy of peaceful coexistence with neighboring countries and complying by international laws and conventions is able to resolve all political and economic crisis in Iran and stability in the whole region. And that surely deserve our support. So, thank you for inviting me, and good luck. Good afternoon. It's an honor to join everyone at this year's Free Iran World Summit. I first want to offer my unwavering support and admiration for the hard work you're all doing to create a better future for a free and democratic Iran. This has been a long, hard fight, and each time invited to speak here or meet with the Iranian community in Canada, I'm inspired by the tenacity and heart of the Iranian people. You are relentless in your fight, and you must be for the sake of all Iran. Madam Rajavi's ten-point plan clearly lays out our end goal of a just, democratic, free, and peaceful future for all Iranians. It also reminds me how much Canada can and must do to support Miriam Rajavi, and each and every one of you to achieve the Iran of the future you deserve. An Iran that respects human rights, the rule of law, liberty, democracy, and individual liberty. Over my time as a member of parliament, one of my proudest moments was in 2017 when Senator Raynell Anderchuk and I successfully saw our bill, the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act, Canada's own Sergei Meninsky Law, passed with unanimous support in both the Senate and House of Commons. It was a monumental and emotional occasion. Parliament had taken a clear stand and gave the federal government the tools needed to combat international corruption and the abuse of human rights, in addition to naming and shaming despots, tyrants, and kleptocrats. Terrorist atrocities committed against Canadians, wherever they are in the world, must be fully investigated by the proper authorities. It is simply not good enough to leave these matters in the hands of bloodthirsty terrorist regimes and take their word for what happened. Now, let me be clear. The IRGC is a terrorist entity. I know that. You know that. The Parliament of Canada passed a motion to declare that in June 2018. And just last month, the Superior Court of Ontario ruled the IRGC a terrorist organization. So today, I, along with other like-minded Canadian parliamentarians, pledge to fight for all pro-democracy Iranian activists and ensure Canada does more to support you in fulfilling your aspirations for a free and inclusive Iran. Together, we will succeed. Thank you. Bonjour. Je suis Laurence Feldman Riel, membre du Parlement suisse, élue du canton de Genève. Aujourd'hui, je souhaite témoigner devant les milliers de personnes qui participent à ce formidable rassemblement. Je connais le Conseil national de la résistance et sa présidente élue, Mariam Rajavi, depuis de nombreuses années et je leur apporte toute ma solidarité. Durant plusieurs années, j'ai été témoin des activités de la résistance à travers le monde et en particulier à Genève où de nombreuses militantes et militants ont souvent manifesté devant l'ONU. J'ai vu comment les militantes et les militants ont résisté aux attaques du régime des Mollas sous les bombardements à l'époque à Ashraf, ainsi qu'aux campagnes de diabolisation et aux attentats terroristes. Je mentionne en particulier l'attentat manqué de juin 2019 lors du meeting de Villepinte où j'étais présente avec une délégation suisse. Je me suis aussi rendue en Albanie, à Tirana, et j'ai pu visiter Ashraf III. J'ai été vraiment admirative de l'engagement, en particulier des femmes, de la résistance iranienne. Je suis témoin des combats de Mariam Rajavoui pour surmonter les obstacles et les facteurs qui se posent à l'instauration de la liberté en Iran. Je suis témoin des nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin. Malgré toutes ses difficultés, elle n'abandonne jamais. Avec le mouvement de résistance, elle travaille avec courage pour réaliser les aspirations des Iraniens à la liberté et à la démocratie. Le régime des Mollahs est au pouvoir depuis 42 ans. Il s'est livré à de nombreux crimes au nom de la religion. Une femme a tenu tête à ce pouvoir misogyne et surtout a ouvert la voie à des milliers de femmes pour lutter dans ce sens. C'est une grande leçon pour nous. Le mouvement de la résistance iranienne est devenu une source d'espoir pour les Iraniens de l'intérieur. Les femmes sont très nombreuses dans les unités de résistance. C'est un signe de force et d'espoir. Le plan 10 points de Mariam Rajavoui pour l'avenir de l'Iran mérite notre soutien parce qu'il garantit l'instauration de la démocratie en Iran. Une déclaration récemment signée par des parlementaires suisses comprenait les titres des 10 points de ce plan. Nous continuerons à faire campagne pour que d'autres parlementaires suisses soutiennent aussi cette démarche. Suite aux élections présidentielles en Iran, c'est le « candidat sans rival » Ebrahim Raisi qui va remplacer Rouhani. Pour conclure, j'appelle le gouvernement suisse et les autres pays européens à cesser la politique de complaisance avec ce régime et à adopter une position ferme face à cette autocratie. Je soutiens la mise en place d'une enquête sur les crimes passés de Ebrahim Raisi comme Amnesty l'a demandé. Une fois encore, je salue les efforts de Madame Mariam Rajavi et de sa résistance et souhaite vivement qu'un nouveau régime basé sur la démocratie, la laïcité, l'égalité entre femmes et hommes et la liberté s'impose en Iran dans un proche avenir. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une fructueuse rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada